hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren lp und wie immer legt es einfach wie keine ahnung was aber das hält uns nicht davon ab zu spielen und zwar spielen wir heute immer wieder mal der g3a4 muss sagen ist nicht eine schlechte waffe ist aber auch nicht gerade die beste aber ist halt so ein mittelding und eigentlich kann man damit wenn man es kann ziemlich gut umgehen und hiermit entschuldige ich mich auch für die sound quali meines mikros denn mein anderes micro ist ja leider kaputt gegangen und ich habe mir heute erst noch ein neues bestellt was so in der wache ankommen wird vielleicht wenn ich bekomme und wir waschen dann mal auch durch ich hatte ich hatte noch nie so ein standbild alter schwein ich bin mir nicht sicher ob ich aufnehme hier hab ich ne mauf was cool bei fraps ist wenn man f12 drückt dann kann man die fps zahl sehen rechts oben die werde ich natürlich wieder weg machen weil das ziemlich scheiße aussieht so jetzt mal schön den zettel jetzt genaktivieren oh das ist ja auch ein bitte ist nicht schnell was zum fick der ist unsichtbar alter ich hab die gott wenn das ein heck ist bitte reporten ohne scheiß alter ich hab ich hab den nicht mal gesehen ich weiß nicht mal ob es so ein heck gibt aber hallo das geht doch nicht der ist einfach unsichtbar sonst hätte ich den locker gemessert oder schlimmeres oder vielleicht ist auch nur ein doofer bug von battlefield wieder neu bestimmt haben die mitten im design der neuen schönen bäume vergessen dass es auch noch andere bugs gibt die zu beheben sind schlössens verraten und meine mein liebes so team ist so nubelig ich verstehe es nicht warum müsste usa oder die russen immer alle flanken erobern das ist das spielgefühl der kannst du kein chase machen das finde ich doof und der APC das so behindert der geht dann seine Kämpferstelle das mich auch sehr aufregt die APCs egal was wir haben die kämen immer da und da kriegt man die überhaupt nicht genau das ist ich Alter Warum schreibt man der Opfer? Oh mein Gott Noch ein Kill Ja man Ja man alter Die kämpnen alle in der verfickten Base Das wär die weggeworden Super Weg umgehen was auch nichts bringt Oh mein du kleiner verfickter Hurensohn du Lol x da gleich x Oh da ist das Ding so Lol Alter Den Hubssteigerin Los Alter was zum Ich bitte euch was zum Ficktreiben die da hinten Alter die Oh mein Gott Campen ist das Schlimmste was es gibt Oh Mann ey Mein Team ist so Ich will Team Switch Bitte Oh der kommt da drin obwohl niemand kommt Die wissen nicht wer der Gegner und der Freund ist Oh ich kann nicht fliegen Der dreht sich einfach mal im Kreis Der dreht sich einfach mal im Kreis Oh mein Gott Alles Noobs Der wird auch nix reißen können oh ne Scheiß Der wird auch nix reißen können oh ne Scheiß Der wird auch nix reißen können oh ne Scheiß Der wird auch nix reißen können oh ne Scheiß Der wird auch nix reißen können das paar das sind Verdammt So wir machen jetzt mal ein bisschen so undercover ne. Einfach mal von hinten. Aber wir müssen noch ne Runde ranhängen. Weil die Runde so beschissen war. So, so, so. Ab zu B. Das würde ja reichen wenn wir B hätten. Das ist schon ziemlich gut. Wir haben B und die Runde geht zu Ende. Sauber. Echt cool. Und die Runde geht. Und die Runde geht. Und die Runde geht. so ein schlechtes Thema ich würde ja alles so ich würde ja alles so verloren ich spreche mal so ganz ruhig weil ich konzentriere mich ein bisschen und irgendwie habe ich mich daran gewöhnt so ganz leise zu sprechen ich muss das mal ein bisschen ändern ein bisschen lauter sprechen so los nächste Runde los 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 das ist übrigens sehr gerne mach torse ich Also wenn man mal so einen so einen Pilot hat, der richtig gut fliegen kann, dann kann man eigentlich mit den Dinger so richtig geile Kills reißen Alter, wie hat denn der mich getroffen? Ich bitte dich Alter, die haben nicht mal A eingenommen Praktisch Nee, das wäre zu einem Rissi jetzt Ich werde die anderen sogar A kriegen und danach sind wir richtig am Arsch Da kommen die schon wieder mit Da müssen die umgehen Ich werde die Ich schieße mich von der Seite an. Alter. Fick dich, Junge. Wo wusste der, dass ich komme? Oh Mann, oh Mann. Ich muss campen, du Möbel. Stopp. Weiter laufen. Natürlich, natürlich, aber gar nicht. Alter, nicht dein Ernst. Alter, das ist so ein verfickter Bastard, ne? Alter, ich rede mich so auf. Oh du Scheiße, man kann gar nichts mehr gutes reißen. Ja, super. Oh du Scheiße, ich hab die Aberkanzler. Das ist so krass, dass die einfach mal so ein Pack machen, wo das M1-4-5 drin ist. Kostet zwar 15.000. Das M1-4-5 ist einfach zu krass. Keine Granaten mehr, na super. Da ist ja noch ein Fick. Er ist weg. 6 zu 4. Total schon. Hier war doch einer. Hier war... Aber gar nicht. Ich laufe wieder so krass, dass kann drumherum. Und achte nicht auf meine Umgebung, aber naja. Was ist denn da? Neu... Okay, komm mal. Alter. Du bist voll Scheiße und ich hab keine... äh... Banagen. Keine Schocker. Und da kommt der Wichser wieder mit der Aberkane, Alter. Das ist doch zum... Mann. Ja, Farmers. Hol deine verfickte Farmers raus, du kleine Missgebote. Null. Wo ist denn der Typ? Was ist denn so der App? Bist du noch? Was schockiert? Warners. Er ist doch so mit Neues. Verzüren. Mann. Mann. Alter. Oh mein Gott. Also der Spielspaß im Spiel ist 0. Rate ich allen ab. Ja, aber früher hat das viel mehr Spaß gemacht. Oh mein Gott. Also mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Ich habe einen mit einem Sniper. Over. Übrigens, ich habe Basra Rush nicht gemacht, weil ich dazu keinen Bock hatte, weil die Molle kotz nicht einfach nur. Ich mag die Molle überhaupt nicht. Ich finde eine geile Idee, aber... Ja, ne. Ist nicht meins. Ist ja meinungssache, aber... Ja, ich habe den Knopf, ich weiß. Ich habe den Knopf geklert, ich habe. Nein. Was? Es hört sich immer irgendwie an, als ob der einen gebreit hat. Boah, Aiming, wo bist du nur geblieben? Ich glaube, die Rex ist sogar präziser als die G3-4 ein. Jetzt kommt wieder der Avakan Hohensohn. So, was? Alter! So, famas, oh, man ey, wie ich den Typen hasse, hoffentlich verreckt er. Oh nein. Warum? Was ist das denn? Behindert das Game, oh du Scheiße. Ja, der macht Kunststücke nicht dein Ernst. Oh, du Hurensohn. Alter, du Bauer! Alter, wieder voll die krassen Frame-Anbriche, was zum... Was soll denn das? Oh, Alter. Derlich, derlich. Also, nächste Runde fahren wir aus 1185. Ihr wisst Bescheid. Immer verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao. Mutta. Na ja, das ist eine gute Welt. Nee, ich bin's. Ich bin's. 82 Fall Nachhaltigke oder Lagosinlautern...? Wir vergessen. Ich bin sehr z 32.